Zu unserer zweiten Folge über die Institutionen der Weltwirtschaft haben wir uns erneut ins Palais Brognard begeben, die ehemalige Pariser Börse. Heute möchten wir untersuchen, wie die WTO funktioniert, die Welthandelsorganisation. Auf unserer Karte zeichnen wir zunächst die Mitgliedstaaten der WTO ein, insgesamt 153. Die eigentliche Aufgabe dieser Organisation mit Sitz in Genf ist die Förderung und Regelung des Welthandels. Und da inzwischen etwa 90 Prozent des Welthandels zwischen den Mitgliedstaaten der WTO abgewickelt werden, wird deutlich, welch große internationale Bedeutung die Organisation hat. Die Idee zur Schaffung einer Institution, die den Handel regeln sollte, entstand am Ende des Zweiten Weltkriegs, wie auch die zur Gründung der UNO, des IWF und der Weltbank. Sie beruhte auf den klassischen Theorien des Freihandels in Anlehnung an die Theorien von Adam Smith und David Ricardo, bekam aber auch durch die Weltwirtschaftskrise von 1929 zusätzlichen Auftrieb. Diese wurde nämlich wegen der Rückkehr zum Protektionismus als einer der Gründe für den Ausbruch des Krieges angesehen. Deshalb glaubte man, eine wirtschaftliche Verpflichtung könnte dazu beitragen, friedliche Beziehungen zwischen den Staaten zu gewährleisten. Ab 1947 wurden die internationalen Handelsbeziehungen zunächst durch das sogenannte GATT geregelt, das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen. 23 Länder unterzeichneten das Abkommen 1948, drei davon ratifizierten es aber nicht. Und dem GATT gehörten 128 Länder an, als es 1994 durch eine neue Institution, die Welthandelsorganisation, ersetzt wurde. Auch die Zahl der Mitgliedstaaten der WTO nahm ständig zu, von 136 im Jahr 1999 auf 153 im Jahr 2011. Dazu kommen 31 Staaten mit Beobachterstatus. Seit 1950 hat sich das Welthandelsvolumen verzwanzigfacht. Hier sieht man die wichtigsten internationalen Handelsströme, per Schiff, Flugzeug und Internet. Die meisten davon betreffen die herkömmlichen Wirtschaftsregionen. Aber immer mehr zunimmt auch der Handel mit asiatischen Ländern. Denn diese exportieren viele Waren nach Nordamerika und Europa. Dazu gehört natürlich China, das der WTO 2001 beigetreten ist. Die Fabrik der Welt, wie China auch genannt wird, ist inzwischen weltweit der größte Exporteur von Fertigwaren und hat natürlich sehr von dem von der WTO geforderten allgemeinen Abbau der Zölle profitiert. Problematischer ist die Frage des Beitritts zur WTO für Russland. Denn der größte Teil des russischen Bruttoinlandsprodukts beruht auf dem Export von Bergbauprodukten, Erdgas und Erdöl. Und Russland müsste im Fall eines Beitritts ausländischen Unternehmen Zugang zu seinem Bergbausektor gewähren. Dieser aber ist in der Hand kremlnaher Oligarchen, weshalb die 1993 eröffneten Beitrittsverhandlungen nicht vorankommen. Wie funktioniert nun die WTO? Ihre Funktionsfähigkeit beruht auf einem Budget, zu dem die großen Wirtschaftsmächte den größten Beitrag leisten. Allein acht Länder zahlten 2010 zusammen mehr als 50 Prozent der gesamten Beiträge. Dagegen zahlten die 39 Mitgliedstaaten mit dem geringsten Anteil am Welthandel nur knapp 0,6 Prozent der gesamten Beiträge. Aber jeder Mitgliedstaat der WTO verfügt über eine Stimme, unabhängig von der Höhe seines Beitrags. So verfügt die Europäische Union über ebenso viel Stimmen, wie sie Mitglieder hat. Und über eine zusätzliche Stimme als Organisation. Als Zusammenschluss von Staaten verfügt die EU also über 27 plus eine Stimme. Als Institution nur über eine Stimme. Genauso viel wie etwa Malta oder Bulgarien. Die Mitgliedschaft in der WTO setzt die Einhaltung des sogenannten Meistbegünstigungsprinzips voraus. Wenn ein Mitgliedsland einem anderen Zollvergünstigungen einräumt, muss es diese auch allen anderen Mitgliedsländern einräumen. Gleichzeitig gibt es Ausnahmen von diesem Prinzip, zum Beispiel im Fall von Freihandelszonen, von denen die vier wichtigsten hier hervorgehoben werden. In der Europäischen Union ist die Beseitigung der Zollschranken am weitesten fortgeschritten. Denn seit 1993 wird innerhalb der EU kein Zoll mehr auf Waren und Dienstleistungen erhoben. Dem Mercosur, dem gemeinsamen Markt des Südens, gehören fünf südamerikanische Länder sowie assoziierte Mitglieder an. Die NAFTA ist die Freihandelszone der drei nordamerikanischen Staaten. Und die ASEAN, der Verband südostasiatischer Nationen, hat zehn Mitglieder. Hinter diesen Ausnahmeregelungen steckt der Gedanke, dass regionale Integration bereits ein erster Schritt auf dem Weg zur globalen Integration ist. Man gewährt zunächst den Nachbarn günstigere Zolltarife und die Freihandelszone wird anschließend allmählich dem internationalen Wettbewerb geöffnet. Im Durchschnitt sind die Zölle seit 1945 nahezu ganz verschwunden. Denn von damals durchschnittlich 40 Prozent des Warenwertes sind sie heute auf 2,2 Prozent gesunken. Aus den Beiträgen der WTO-Mitglieder wird auch die Arbeit des sogenannten Streitschlichtungsgremiums finanziert, das Handelskonflikte beilegen soll. Solch einen Konflikt gab es zum Beispiel zwischen den USA und Kanada, die Fleisch von Rindern exportierten, die mithilfe von Wachstumshormonen gezüchtet wurden, und der EG, die den Import dieses Rindfleisches verbot. Die USA und Kanada wandten sich an das Streitschlichtungsgremium der WTO. Das forderte die EG-Staaten auf, diese nichttarifären Handelshemmnisse aufzuheben und ermächtigte die USA und Kanada, europäische Produkte mit Strafzöllen zu belegen. Ein jüngeres Beispiel ist der Streit, bei dem sich von 2004 bis 2011 die USA und mehrere EU-Länder wegen der US-Subventionen für den Flugzeugbauer Boeing gegenüberstanden. Im Januar 2011 erklärte die WTO die Subventionen für illegal und ermächtigte die betroffenen EU-Staaten, mit entsprechenden Handelssanktionen zu reagieren. Ein weiteres bedeutendes Problemfeld innerhalb der WTO ist die Landwirtschaft, einer der letzten, noch nicht vollständig liberalisierten Wirtschaftsbereiche. Hier sehen wir die Entwicklung der Getreidepreiser. Sie sind abhängig vom zunehmenden Bedarf an Tierfutter, von Preisspekulationen, aber auch von wetterbedingten Einflüssen und Konflikten. All diese Faktoren führten zu einem Anstieg der Preiser, der wiederum 2008 zu Hungerrevolten in mehreren WTO-Mitgliedsländern wie Mexiko, Ägypten und den Philippinen zur Folge hatte. Die Frage ist weiterhin ein zentrales Thema innerhalb der WTO, denn dabei tritt das Nord-Süd-Gefälle klar zu Tage. Die Entwicklungsländer bilden die Mehrheit in der WTO, leiden aber unter der direkten Konkurrenz durch die Industrieländer, deren Subventionen den Wettbewerb auf den Weltmärkten verfälschen. Deshalb versuchte die WTO, durch eine neue Welthandelsrunde eine neue Vertrauensbasis zu schaffen, die sogenannte Doha-Runde. Dabei bildeten sich mehrere Gruppen von Ländern heraus. Zunächst einmal die zwei bedeutenden Wirtschaftsblöcke USA und EU, deren Agrarsektor auf industrieller Grundlage funktioniert. Dabei trägt die Landwirtschaft in beiden Regionen nur wenig zum BIP bei. 1,2% in den USA und 3% in der EU. Trotzdem ist die Landwirtschaft in der Politik und der Gesellschaft sowie bei Wahlen weiterhin von großer Bedeutung und die Landwirte erhalten umfangreiche Exportsubventionen. Aber es gibt auch Konflikte zwischen den beiden Regionen. Die USA fordern eine allgemeine Senkung der Einfuhrzölle und die EU fordert eine Senkung der Subventionen für US-amerikanische Landwirte, was die Regierung in Washington ablehnt. Dann gibt es die sogenannte Kernsgruppe der großen Getreideexportländer, zuallererst Australien, in denen die Landwirte keinerlei Subventionen von ihrer Regierung erhalten. Sie fordern sowohl die Senkung der europäischen Einfuhrzölle als auch die Senkung der US-amerikanischen Exportsubventionen, um Wettbewerbsverzerrung auf dem Weltmarkt zu vermeiden. Der Kernsgruppe gehören Schwellenländer mit Exportüberschüssen bei Nahrungsmitteln an, darunter Brasilien, Südafrika und Indonesien. Aber auch Indien, China, Mexiko und Ägypten fordern Höchstgrenzen für Einfuhrzölle, um ihre Agrar- und Nahrungsmittelprodukte absetzen zu können. Brasilien fordert als einer der größten Exporteure von Agrarrohstoffen übrigens seit langem die Abschaffung von Einfuhrzöllen, um auf dem Weltmarkt eine beherrschende Stellung einnehmen zu können. Zu guter Letzt haben sich zahlreiche weitere Länder in der sogenannten G90 zusammengeschlossen. Sie gehören nicht alle der WTO an und die meisten ihrer Landwirte produzieren für den Eigenbedarf. Deshalb leiden sie ganz besonders unter der Konkurrenz durch die Länder, die ihren Export subventionieren und unter Klimaeinflüssen. Da die Verhandlungspositionen und vor allem die Interessen der verschiedenen Gruppen einander nicht angenähert werden konnten, ist die Doha-Runde gescheitert. Und es gibt nach wie vor keine gemeinsamen WTO-Regeln für die Landwirtschaft. Die WTO spielt also eine bedeutende Rolle und die Verhandlungen, bei denen große Interessen auf dem Spiel stehen, sind äußerst komplex. Letztendlich traten während der Doha-Runde die Spannungen und Gegensätze in Bezug auf die Landwirtschaft klar zu Tage. Die WTO hat 2013 als Frist für die Abschaffung der Subventionen für Agrarexporte festgelegt. Aber die Einhaltung dieser Frist ist alles andere als sicher. Denn bekanntlich wird die WTO heftig kritisiert, weil nicht alles verkäuflich und privatisierbar ist. Manche Dienstleistungen sind es nicht und manche kulturell besonders wertvollen Güter sollten es nicht sein. Mehr dazu erfahren Sie in L'Organisation mondiale du commerce von Michel Renéli bei La Découverte und in der Zeitschrift Futuribler, die im Februar 2011 über die Unbeständigkeit der Agrarmärkte und die Ernährungssicherheit der Menschheit berichtet. Von unserer Sendung gibt es in französischer Sprache eine neue DVD, Richesse et Pauvreté des Nations, bei Arte Edition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017